Der Ton wird rauer, die Anschuldigungen größer und die Schritte zur Realität vielleicht näher? Wir blicken heute in diesem Video nach Westafrika, denn dort gibt es auch noch viele Überbleibsel der französischen Kolonialzeit und diese Länder, die beugen sich nun immer mehr auf. Und der Hass gegenüber auch Frankreich, das Abschütteln der Kolonialzeit, das ist das erklärte Ziel von einigen dieser Staaten. Um welche es genau geht, was die Folgen sein könnten und was vielleicht noch so in der Welt passiert, das schauen wir uns in diesem Video an. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien, unter anderem zum Beispiel auch in Uranfirmen in Niger, die wir schon hatten. Und Niger ist eins der Länder, um das es heute gehen wird. Das heißt, wir haben da eben entsprechend auch die Verbindungen aus unserem Investorenalltag. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr sagt, hey, die kostenlosen Videos, die finde ich super, dann könnt ihr uns sehr gerne etwas zurückgeben. Checkt doch zum Beispiel nochmal, ob ihr den Kanal schon abonniert habt und ansonsten gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Das freut uns nicht nur, sondern das hilft uns auch, diese Videos hier im YouTube-Algorithmus für mehr Reichweite zu verbreiten. Also wir haben es schon, ich habe es wieder übersetzt von africaequity.net. Nigers Militärherrscher fordert von Frankreich Entschädigungen für 65 Jahre Plünderung. Ja, wir scrollen mal erst ein bisschen runter. Der General, der hat hier wohl Folgendes gesagt. Frankreich hat uns mehr als 107 Jahre lang ausgeraubt. Frankreich muss die Schulden für 65 Jahre systematischer Plünderung unserer Ressourcen und für die 42 Jahre, die es in diesem Zeitraum zurückgelegt hat, in bar begleichen. Wir werden einen Zeitplan finden, wie wir mit Frankreich abkönnen können. Das sagt er. In einer kürzlichen Rede hat er auch über die mögliche Schaffung einer gemeinsamen Währung zwischen Burkina Faso, Mali und dem Niger gesprochen. Das ist ein Thema für gleich. Lasst uns erst mal ganz kurz auf den Niger beziehen. Im Niger, wir haben auch eine Firma auf der Webseite, die im Niger aktiv ist, die nennt sich Global Atomic. Die war früher eine Verzehnfachung, mehr als eine Verzehnfachung von ungefähr 25 kanadischen Cent, ging es weit über 4,2 kanadische Dollar. Das heißt, da ist natürlich ein Riesenfund im Niger, eines der kostengünstigsten Uran-Projekte zu finden. Was auch im Niger vorhanden ist, ist zum Beispiel die Mine des französischen Staatskonzerns Urano. Und hier wurde schon auf einer noch nicht produzierenden Mine von Urano das Thema Enteignung wohl durchgeführt. Noch scheint wohl Urano trotzdem weiterhin im Niger aktiv zu sein. Aber wir sehen hier, die ersten Konflikte, die sind schon mehr als deutlich. Und was jetzt ganz interessant ist, das müssen wir uns aus Investorensicht auch immer anschauen. Während jetzt zum Beispiel Global Atomic ebenfalls eine Firma ist, die aus dem Kanada ist, aus dem Westen kommt, hat Global Atomic sich gemeinsam mit der Militärregierung wohl hingesetzt und eine Lösung gefunden. Dies liegt, und das blenden wir euch hier auch gerade ein für Global Atomic, das ist übrigens keine Anlageberatung, das ist nur Information, liegt ein Abkommen zu, wo die Militärregierung sagt, ja, ihr dürft hier weiter Business machen. Das heißt, hier herrscht nicht grundsätzliche Ablehnung gegenüber dem Westen, sondern der Drang, so wie es scheint für mich, zu einem fairen Miteinander und auch der Drang, sich von der Kolonialzeit, vor allem voran mit Frankreich, entsprechend zu lösen. Das heißt, man stellt sich ja immer die Frage, auch um mal bei dem Investorenthema zu bleiben, wenn ich in eine Mine in Afrika investiere, wie hoch ist das Thema der Enteignung? Nun, das Thema ist schon da, das ist auf dem Tisch, das sollte man auch nicht kleinreden, aber es geht eben vielen afrikanischen Ländern auch darum, faires Business zu machen. Und das ist ja auch etwas, das habe ich euch hier kürzlich in einem Video schon gezeigt, was Burkina Fasos Militärpräsident sagt, er möchte faires Business und er möchte nicht seine Diamanten, sein Gold, seine Bodenschätze hergeben, um dann aberdings mit dem Westen keinen vernünftigen Handel treiben zu können. Ja, das hat im Niger schon dafür gesorgt, dass hier entsprechend Unterbindungen stattgefunden wurden. Und wir können mal ins Forbes-Magazin blicken, die haben das Thema nämlich auch aufgegriffen, wie entsprechend, das heißt, der Artikel Grollen in Westafrika verursachte Energiekrise in Frankreich. Ja, das ist direkt darauf bezogen. Frankreich bezieht nämlich einen Teil seiner Uranimporte tatsächlich aus der Staatsmine aus dem Niger. Ja, klar. Dann, wenn der Niger mal sagt, Edgy Badge, dann sehen wir mal das Thema Energieversorgung. Und ich habe ja schon scherzhaft gesagt, ja, vielleicht hat das ja Herr Habeck schlau gemacht und hat die Atomkraftwerke dann final abgeschaltet, um sich von solchen Ressourcenabhängigkeiten zu befreien. Aber das ist natürlich Quatsch, denn wir beziehen ja auch unter anderem Atomstrom aus Frankreich. Ja, also Energie fängt nicht in der Steckdose erst an, sondern Energie fängt dort an, wo die Rohstoffe sind. Und das ist eben das Thema Geopolitik. Wie geht der Westen mit dem globalen Süden um, der immer mehr seine Machtposition auf der Welt haben möchte, der immer mehr sagt, hey, wir haben doch die Rohstoffe, die ihr so dringend braucht, dann lasst uns doch auch fair miteinander sein. Gut, man muss sagen, Afrika hat jetzt schon auch eine lange Vergangenheit ohne Kolonialzeit. Leider ist bisher auch dort noch bisher nicht die große Industrie daraus entstanden, denn sie haben bisher eigentlich vor allem nur eins, die Rohstoffe. Und sie wollen diese Rohstoffe mehr und mehr nutzen, um eben mehr wirtschaftlichen Erfolg auch für die ärmeren Regionen dieser Welt zu schöpfen. Dann steht hier weiter in dem Forbes-Artikel. Jetzt jedoch steht Frankreich vor derselben Frage, die alle westlichen Länder zwangsläufig schon gestellt haben oder noch Stellen werden. Woher soll es die Rohstoffe beziehen, die für seine Energieversorgung benötigt, insbesondere in einer Zeit, in der die Unzufriedenheit mit den Überresten seiner kolonialen Vergangenheit immer wieder auflebt? Weiter steht hier, dennoch ist Frankreich weiterhin auf die natürlichen Ressourcen angewiesen. Uran, die vom Menschen geliefert wird, deren Ressourcen Frankreich historisch ausgebeutet hat. Das schreibt hier also ganz klar Forbes. Und das geht noch weiter, da der Krieg in der Ukraine noch immer tobt und die Energieversorgung Europas insgesamt immer unsicherer wird, muss Frankreich, das immer die vielleicht sicherste Energieversorgung aller westlichen Länder zu haben schien, nun für die Nachwirkungen seiner eigenen kolonialistischen Vergangenheit verantworten. Während es versucht, seine Zukunft als Vorreiter bei der anhaltenden Suche nach sauberer Energie auf der ganzen Welt zu sichern. Ja, hier steht es drin, Frankreich, der Westen, die schauen sich um. Auf der anderen Seite, das habe ich euch auch kürzlich gezeigt, China sagt, sie wollen 45 Milliarden Euro in Afrika investieren. Und einer der größten Punkte, die natürlich in Afrika zu finden sind, das steht hier auch sehr gut drin in dem Artikel, ist das Thema Rohstoffe. Ja, also wir sehen mal, China macht es vor. Wir, naja, gucken wieder blöd in die Vergangenheit, blöd in die Röhre und sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Tja, China möchte sich mehr und mehr ins Business gemeinsam mit diesen afrikanischen Ländern stellen, wohingegen der Westen noch immer nicht begriffen hat, dass man sich auch diplomatisch mit diesen Ländern mehr zusammensetzen müsste. Jetzt haben wir hier auch das Thema, die Militärion, das von Niger, Mali und Burkina Faso, die wollen eine gemeinsame Währung schaffen. Ja, aktuell nutzen sie den CFL France. Und der CFL France, das wird ganz netterweise hier auch von der Bundeszentrale für politische Bildung einmal ganz gut erklärt, und zwar schon im ersten Satz. Das ist nämlich Afrikas letzte Kolonialwährung. Und hier steht es nochmal ganz gut, Frankreich, haut ab. Diese unwissverständliche Parole prangte 2018 in roten Lettern an mehreren Wänden in der Hauptstadt Senegals. Ja, also auch Senegal ist eins von den 14 Ländern, also Senegal plus 13 weitere, die entsprechend diese Währung nutzen. Und das heißt, wir haben hier eine französische Kolonialvergangenheit und noch immer ist ein Relikt aus der französischen Kolonialvergangenheit entsprechend bei den Ländern. Und jetzt ist ja klar, dass sich diese Länder hinstellen, vor allem vor allem jetzt Niger, Mali und Burkina Faso. Dort sagt das Militär vor allem, wir haben ja jetzt unser Land befreit und jetzt wollen wir auch schlussendlich die Währung abschaffen und uns dann für eine neue Währung entscheiden. Ja, es gab hier auch schon Gerüchte, dass womöglich Gold wieder im Spiel sein könnte. Das ist natürlich offen. Ja, die Länder sind auf jeden Fall rohstoffreich. Aber wir sehen dieses Thema gebündelte Gemeinschaftswährung. Ja, das ist nicht nur bei den BRICS auf dem Tisch, sondern das haben auch afrikanische Staaten noch als Vergangenheit, jetzt aber vielleicht auch wieder als Zukunft. Und das könnte womöglich auch hier ein Thema sein, wo die BRICS draufschauen werden beziehungsweise wo vielleicht auch mit den BRICS-Staaten gemeinsam gearbeitet wird. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal jetzt ein Video veröffentlichen, wo es auch um das Thema BRICS und Vorbereitung für das Thema Währung, Zahlungssysteme geht, denn da gibt es auch wieder neue Informationen. Was jetzt ganz interessant ist, wenn wir mal schauen, der Goldpreis, der steigt immer weiter und weiter. Also wer hätte jetzt vor zwölf Monaten eigentlich gedacht, dass 2.500 US-Dollar in Reichweite sind. Nun haben wir die nicht nur durchbrochen, wir halten sie nicht nur seit einigen Tagen und Wochen doch relativ stabil, sondern wir gehen jetzt auch langsam Richtung 2.550. Selbstverständlich, es wird auch wahrscheinlich nochmal Zurücksetzer geben. Kein Aufschwung kommt immer nur gerade durch. Ja, selbst wenn man sich jetzt mal die großen Tech-Aktien anschaut, wie Nvidia, Meta und Co., die sind auch nicht immer nur schnurstracks wie an dem Faden nach oben gegangen. Ja, und genauso wird man auch nicht erwarten dürfen, dass Gold schnurstracks nach oben geht. Aber der Weg auf die 3.000 US-Dollar, der ist definitiv frei gemacht worden. Die technischen Mittel dafür stehen auch klar. Auch da werden wir uns demnächst nochmal eine Analyse hier anschauen. Und die Frage ist eigentlich eher nicht mehr, ob 3.000 US-Dollar erreichbar sind, sondern wann. Ja, also was wie gesagt vor zwölf Monaten noch keiner für erreichbar gehalten hätte, wird jetzt immer wahrscheinlicher. Ob es in den nächsten zwei, drei oder in zehn, zwölf Monaten oder vielleicht auch erst in 18 Monaten passiert, das kann keiner vorhersagen. Fakt ist aber, immer wieder haben wir hier gehört und auch Kommentare gesehen, dass Gold ja demnächst abstürzt und 1.600 ist das nächste Ziel und das Relikt aus der Vergangenheit. Aber das Relikt aus der Vergangenheit, das performt. Was auch teilweise performt hat, sind entsprechend Gold-Minen-Aktien. Noch nicht final, aber trotzdem, die Großen haben schon angefangen, die Kleinen ziehen immer mehr mit. Auch hier sehen wir, das Übernahmekarussell dreht sich. Anglo Gold kauft Centermin für zweieinhalb Milliarden Dollar. Das ist ein Deal einerseits mit Shares, andererseits auch mit einer Bargeldkomponente. Erst kürzlich hatten wir die große Übernahme, dass Osisko übernommen wurde von Goldfields. Ja, also die Übernahmen, die werden nicht nur preislich höher, sondern sie werden auch mehr. Auch, was ich entsprechend schon in unserer News-Gruppe Rohstoff-News Deutschland auf Telegram vor ein paar Tagen geschrieben hatte. Auch dort könnt ihr sehr gerne beitreten. Dort gibt es immer mal wieder interessante Informationen. Dort habe ich schon gepostet. Nämlich First Majestics hat darüber gesprochen, dass sie Gathos Silver übernehmen möchten. Ebenfalls ein Shares-Deal. Ebenfalls knapp eine Milliarde geht dieser Betrag. Also wir sehen, das Thema Edelmetall, Minen, M&A-Transaktionen, das geht immer weiter. Das geht immer weiter in eine Richtung, nämlich steil nach oben. Und das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wenn man sich historisch die Edelmetall-Bullruns anschaut, bis dann auch die kleineren Minen mehr und mehr abbekommen dürften. Deswegen sagen wir immer häufig, erst informieren und dann investieren. Man sollte jetzt nicht morgen losrennen und alles blind kaufen, aber sich gescheit informieren. Der Sektor kann jetzt sehr heiß werden. Ich weiß, viele sagen, Mensch, das hören wir doch schon so lange. Es ist aber einfach ein Sektor, der auch mal schnell sich drehen kann. Wir sehen es, wenn wir uns nun mal das Jahr 2020 anschauen, wie schnell es aus einem absoluten Tief innerhalb von wenigen Wochen massive Anstiege geben kann. Und man ist dann entweder früh dabei oder nicht. Man muss für sich selber entscheiden. Es sind risikoreiche Investments, gerade wenn man so die kleineren Explorationsfirmen sich anschaut. Also, das heißt, wie gesagt, man muss für sich selber entscheiden, ob das ein Investment ist, ob man sagt, ja, ich interessiere mich für Minen. Dann kann man sich gerne bei uns und auch auf anderen Portalen sehr gut informieren, um dann seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Eine Sache habe ich euch noch mitgebracht, und zwar, dass Elon Musk auf der Bühne stand und sagte, dass Amerika sehr schnell bankrott gehen wird. Und das schauen wir uns auch einmal gemeinsam an, was er sagt. If Trump wins, and obviously I suspect there are people with mixed feelings about whether that should happen, but we do have an opportunity to do kind of a once-in-a-lifetime deregulation and reduction in the size of government. Because the other thing, besides the regulations, America is also going bankrupt extremely quickly. And nobody seems to, everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. They're all grabbing the silverware. Everyone's stuffing their pockets in the silverware before the Titanic sinks. Well, you know, the Defense Department budget is a very big budget, okay? It's a trillion dollars a year, DoD, Intel, it's a trillion dollars. And interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. They're over a trillion dollars a year, just in interest and rising. We're adding a trillion dollars to our debt, which our kids and grandkids are going to have to pay somehow, every three months. And then soon it's going to be every two months. And then every month. And then the only thing we'll be able to pay is interest. And if this, it's just, you know, it's just like a person at scale that has racked up too much credit card debt. And this, this is not, this is not a good ending. Also wenn einer der reichsten Menschen der Welt sich so offen auch zu diesen Themen äußert und wirklich versucht, einfach aufzuklären, wie die Situation in den USA gerade aussieht, da muss man da hinschauen. Und ich denke, die Entwicklung BRICS, der globale Süden rund um Indien und Afrika, die werden weiterhin auf der aufstrebenden Seite sein, wohingegen die USA, der Dollar, aber auch Europa, vor allem mit Deutschland, auf der abstrebenden Seite sein wird. Das ist eine Entwicklung, die sich immer weiter angleichen wird. Die Machtverhältnisse werden immer gleicher auf der Welt und demnach wird eine multipolare Weltordnung sehr wahrscheinlich gar nicht mehr zu umgehen sein. Das Einzige, was hier jetzt noch helfen kann, ist vielleicht die allseits bekannte 360-Grad-Wende. Das war natürlich ein Spaß. Man müsste es jetzt hinbekommen, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Dazu gehört auch in Deutschland dafür zu sorgen, dass die Industrie, dass der Mittelstand bleibt, nicht immer weiter abwandert. Dazu gehört auch, die Infrastruktur so auszubauen, dass hier nicht alles marode ist. Das heißt, hier ist die Entwicklung aus meiner Sicht einfach so, dass man derzeit sagen kann, alles klar, im Rohstoff, im Edelmetall-Universum, da bin ich nicht ganz falsch unterwegs. Definitiv eine gute Botschaft. Ich möchte jedem nochmal darauf hinweisen, dass ihr auf axinocabrel.de unter Investorenmagazin die Möglichkeit bekommt, unser Stocks-to-performen, sich runterzuladen. All das ist da drin keine Anlageempfehlung. Das möchte ich auch darauf hinweisen. Die Firmen, selbstverständlich haben wir Interessenskonflikte. A, wir sind potenziell in die Firmen investiert. B, wir haben potenziell Dienstleistungsverträge. Darauf möchte ich euch selbstverständlich ganz offen hier aufmerksam machen. Mehr dazu in unserem Disclaimer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns hier morgen wieder.